Und die Landung. Ich hoffe auch. Ich krieg Insta-Brett von ihm. Ja, Dennis! Weil wir können den direkten Admin holen bei sowas. Keine Ahnung. Was der gerade drückt ist halt unnormal. Ja, das würde ich echt gerne mal aus seiner Sicht sehen. Ja. Sieht es so aus, als wären wir irgendwie nur die Bots auf Aim-Bots oder ist es... Hahaha. Gravy. Hey, 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 hey. Gravy Train, Nature Boy, Ric Flair, Pop Shit. Think I'm Randy Savage, when I hit you with that Dropkick. Bitte runter. Noch eine? Ja, Dennis! Den Account hat er im März 2017 erstellt. Was ist er bitte für ein Talent? Jetzt mal ernsthaft. Wow! Neue Legende bei Face. Was hat Dennis jetzt bitte hier gemacht? Dennis Frax heißt er. Dennis Frax. Ja, Faceit Level 10 halt. Ja. Dann ist es halt wahrscheinlich einfach jemand, der uns out-aimt. Dieser Dennis ist ja vollkommen, komm! Wir haben schon mal. Wir haben schon mal, wir haben noch einen, zuerst ja. Wir haben noch mehr,